Das Ruhrpott-Ding in der Stadt kriegt man in Vollart von mir. Okay. Und hattest du doch eine Abstimmung gemacht, oder? Ja. Ja, die Abstimmung hatte ergeben, dass sich das Motiv drin lassen soll. Hm. Also, ich bin in der Nähe vom großen Haus. Irgendeiner... Oh. Hi, hi. Fanny, wo bist du? Ich laufe gerade außen rum, ich kriege Herzschlag. Okay. Und das ist die Hexe. Hexe? Die hatte ich in letzter Zeit auch schon ein paar Mal wieder, die Hexe. Jetzt sind wir genau falsch rumgelaufen, ne? Oh, sie hat mich... Entschuldigung. Ey, hast du den Eingang nicht gesehen? Wir sind jetzt wirklich einmal komplett rumgelaufen. Der Pöller stand da im Weg. Der Pöller. Ich habe den Eingang nicht gesehen. Er hat aber enttäuschend jetzt gesehen. So, dann machen wir eben den Gems fertig. Hast du den Random schon begrüßt? Ja. Ups. Ist einer schon auf dem Weg oder so? Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin jetzt auch gleich da. Können wir hängen ab. Hey. Oh, moin. Hi. Äh, melden uns gleich bei dir. Wir sind gerade online. Ja, alles gut. Ich zog sowieso, Killer. Ich dachte, ich komme nochmal kurz rein, so deswegen. Also, ihr habt etwas anders, sollte abhängen? Hab ich schon. Achso. Und weggefallen. Ich habe jetzt gerade jede Falle mitgenommen, die es gibt, ne? Ich mache mal einen Gen. Oh nein, der Random. So, ich bin da. Hä? Stopp, ich halte dich zuerst. Ne, komm, ich mache. Okay. Ich habe einen Wandelpast, mach dich schneller. Wo seid ihr denn? Okay. Äh, in der Nähe von der Killerhütte in der Ecke. Ich habe einen lila Verbandkasten dabei. Ja, ich habe Selfcare. Also, ich kann... Ach, dann. Hier ist ein Gen. Ja, mach erst mal das Totem. Ja, ja. Ruin ist auf jeden Fall auch so. Ja. Ich bin jetzt nur bei 80%. Ja, ich denke mal, ziehst du jetzt durch, ne? Ja, au, der ist im Keller. Ja, wir sind quasi neben die aller Killerhütte am Generator. Der ist jetzt bei 50. Ja, ich gehe mal zum Random. Ja, ich mache das. Ja, ich gehe mal zum Random. Ja, ich gehe mal zum Random. Ja. Ja, sie hat mich gesehen. Ach, jetzt ein bisschen andere Seite, ne? Scheiße. Passiert. Ja, nice, Dankeschön. Bitte, bitte. Ja. Wo bist du? Ja. Ich seh' dich nicht. Bleib stehen, bleib stehen. Ach, du meinst mich gar nicht. Nein, nein, ich mein's nicht. Hast du grad ein Flash-Life-Safe gemacht? Ja. Krass. Ja, ich weiß, ich weiß, ich hab dein... Oh, die ist hinter mir her. Ich glaub, jetzt gleich bin ich down. Ich hab dein Kommentar bei meiner Montage noch im Kopf, ne, Graf? Das heißt jetzt, in dem letzten Jahr, ne, hab ich jetzt schon den zweiten Flash-Late-Safe gemacht. Sehr gut. Fuck. So. Oh, hier ist noch ein brennendes Tote. Ja. In letzter Zeit haben die Killer aufgezeigte Hoffnung öfter mit, hab ich so das Gefühl. Hm, ist mir auch aufgefallen. Bestimmt, weil Rui nix mehr gibt, wenn sie nicht die Füße was sie sonst nehmen sollen. Soll ich's stehen lassen? Nö, mach weg. Okay, Achtung. Ja, zumindest kein verteufelter Boden. Oder verfluchter Boden. Ach, sie jagt mich. Ich lauf grad ein bisschen ziellos. Ich lauf Richtung Killerhütte, also falls da jemand ist. Ich bin da. Abgehängt. Oh ne, die kommt, die kommt, die kommt. Was? Niemals hat er getroffen. Warum bist du nicht abgehauen? Bin ich doch. Da geht mich der Dreck wieder. Oh. Lox ist vom Generator weg, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Ja, Entschuldigung, dass ich versucht, dass sie mich nicht trifft. Die hat schon ungefähr sechsmal daneben gehauen. Boah, die hasst mich. Die tunnelt mich gleich weg. Boah, die tunnelt mich gleich so weg. Boah. Und jetzt habe ich es auch noch gestunt. Nice. Die kommt, glaube ich, wieder zum Jen. Ja, ja. Also die kann man auf jeden Fall mit Haken austricksen. Die ist total schlecht da drin. Ja, jetzt ist hinter dem Randomer, ja. Ja, ich gehe mal zu dem... An der Killerhütte, ne? Ja, da wo der jetzt umgefallen ist. Wohl, sollen wir den Anderen erstmal aufmachen, oder? Ich bin an dem Anderen. Ach, du bist an dem Anderen. Okay. Okay, save the Remnants. Die wurde jetzt aber niedergeschlagen, äh... Da waren schon alle Generatoren an, ne? Oder? Also es... Geht in den Keller. Oh, das ist scheiße. Wenn, dann sollten wir dann gemeinsam runtergehen, ne? Jawohl, ich habe sie geholt. Ich habe sie geholt. Also hinter der Killerhütte der Aufwand ist auf 99. Wir tanken. Wir tanken. Wo seid ihr denn? Hinter dem Randomer, ja. In der großen Hütte. Oh, der läuft zum Ausgang. Nein, der läuft doch nicht zum Ausgang. Eingekriegt. Ey, Gott sei Dank hätte ich mich nicht gesehen. Ich bin... Ich wollte hoch die Treppe, bin aber runtergefallen. War im Keller gelandet. Ah. Der Random ist auch einfach instant in die falsche Richtung gelaufen. Ja gut, der weiß bestimmt nicht, wo die Ausgänge sind, ne? Als wir den Generator fertig gemacht haben, da war... Wurde er oder sie ja gejagt, ne? Ich bin daneben. Das ist mit ihr. Ich habe ihn. Mach auf und geh raus. Ich bin am anderen Aufgang. Ist die hinter dem Random her, oder was? Ich weiß auch jetzt gerade nicht, wo der andere Ausgang ist. Ich bin am anderen. Der eine ist ja der Killerhütte. Der ist auch 99% auf. Und der andere ist an dem großen... Shit-Moppet gingen da. Ah. Shit, 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 shit. Und noch kann ich sie ein bisschen ablenken. Ne, die holt den, die holt den Random. Shit, das war jetzt ein bisschen... Wie hoch ist er denn geheilt? Wie hoch ist er denn geheilt? Halb. Habe ihn. Nice. Ich kann nur keinem mehr denken. Abgeblendet. Nein! Nein! Was ist denn? Der will... Der will Team-Baggen! Und dann... Nein! Der wollte Team-Baggen! Ey, das gibt's doch nicht! Was für ein... Der was will! Der was will! Der was will! Eine geile Nummer, ne? Und ein Doppel-Pip. Ja, sehr gut. Ey, das gibt's doch nicht! Wir hatten schon... Also ist der jetzt wirklich selber schuld. Ja, ist er ja auch. Ah. Naja.